So, Eli, bist du blöd? Ich bin im Titel. Ich bin im Titel und auf den Tappen, ich hab's geschafft. Mal gucken. Moin, moin und rein da. Digger, der Typ. Trance. Oh mein Gott, oh mein, oh mein Gott, bro. Jäger, Darth Vader wieder am Rauchen, Junge. Ja, wichtig. Alright, Bruder, dann viel Spaß, Mann. Besieg die Zombies für mich. Tobi. Ey, liebe Grüße. Ich würde so gerne dieses Getränk trinken Das sah immer so geil aus Welcher Basti Digga, wusstet ihr, dass Basti Ohne Witz Ich wusste auch nicht, was Basti macht Bevor wir Minecraft gespielt haben Der Typ ist aber ein absoluter Ficker Der hat immer seine 5.000 bis 10.000 Zuschauer da Der streapt jeden verschitzenden Tag Guckt euch mal seine Views an Guck mal jetzt Kora, safte mal ab Stell dir vor, das wäre dein Edi Geller 2. Kanal Das wären deine earnings 500.000 Aufrufe, 600.000 Aufrufe 500.000 Aufrufe, 500.000 Aufrufe 600.000, 550 500, 500 400, 400 500, 400, 500 400, 500 Das kracht richtig Das ist unglaublich Minecraft Digga Keine Ahnung, Minecraft ist völlig verschallert Basti Cutter müsste man sein 45 Minuten Videos Boah, er beleidigt die auch nicht und sowas Der CPM Gaming Digga Der Mann da wird's reinknallen Also Basti Voll krass, ne? Also Digga, das sind Unglaubliche Views Also Geistkrank Wirklich Aber Basti halt auch 3 Developer und Cutter etc. Kosten Ja, was schätzt du? Man kann es ungefähr Also 1 Million 2 Millionen Aufrufe 3 Millionen 4 Millionen 5 Millionen 6 Millionen 7 Millionen 8 Millionen 8 Millionen Aufrufe Nur in diesen Die neuen Aber die Videos hier werden ja auch Alle geklickt Ich weiß nicht Basti macht bestimmt sowas Zwischen 15 und 20 Millionen Aufrufe Und ich würde schätzen Dass das so ein YouTuber Dienst von 100k sind Sowas Mehr, bisschen mehr 120, 130 Ich weiß nicht wie viele Views er macht Ich denke er macht so 14 Millionen 15 Millionen Views Sowas Ja, so Irgendwas zwischen 100 Ich würde schätzen Irgendwas zwischen 80 und 120k Würde ich schätzen im Monat Mit YouTube Ach, es gibt hier ein Video darüber oder was? Ich habe ja letztens mein allererstes Short hochgeladen Willst du mal da Einnahmen? Also Willst du die Einnahmen mal von dem Short sehen? Oh mein Aber Shorts machen kein Geld glaube ich Shorts sind glaube ich nicht so Ey Gott, ja Warte, warte, warte Ich will kurz erstmal Kannst du kein Kommentar dazu sagen? Ah, willst du es nicht public? Ne, nicht public bitte Okay Kein Kommentar Nicht krass oder wenig Ist ja sehr wenig glaube ich Oder so Oh mein Gott, wenig, wenig Also Shorts Shorts Ich weiß, dass Shorts Von anderen YouTuber-Kollegen Dass die voll fett geklickt werden Aber nicht so gut auszahlen Schreib mir mal in Discord Was du denkst Okay Wie lange ist es? Darf ich jetzt gucken? 2 Minute Sag mal ungefähr wie lange das ist Kannst du es abschätzen? 200 Euro Eine Minute Ah, eine Minute Boah, also Ich habe zwei Vermutungen Halt entweder super viel Oder gar nichts Ich sag fast nichts Ich sag das hier Alter, der hat ein Bild geschickt Ich muss kurz fullcam nehmen 500.000 sind Ja, okay Aber warum nicht public? Weil ich generell gar nichts Ja, okay Ja, das wird sehr wenig sein Das sind so Das wird fast nichts Ja, okay, aber es ist normal Ein Fünfer oder so Ein Zehner Ja, auf jeden Fall ist das normal Aber So, Bro, ich habe ein TikTok Was Für eine halbe Million Aufrufe Also, wie heißt es? YouTube-Short YouTube-Short Ich kann dir zeigen Auf unserem Edeltalk Warte mal Ja Ich dachte Hier, Knossis Kindheitstrauma Hashtag Shorts Zieh dir hier Digga 1,7 Millionen Aufrufe 18 Euro Ja Da seht ihr Digga Shorts Das ist geisteskrank 18 Euro Für 1,7 Millionen Aufrufe Mit einem YouTube-Video Was Digga Das ist ja völlig krank Mit diesem Video 12.000 Euro Da seht ihr mal Digga Im Vergleich Wie geisteskrank das ist Shorts ist Gut für Reichweite aufbauen Aber Das hat die gleichen Aufrufe Und einfach 12.300 Euro Weniger Shorts werden inzwischen Gleich vergütet Wie normale Videos Seit dem 1. Februar 2023 Geht aber auf 50 Minuten Ja, aber generell Shorts ist so Shorts ist generell Das ist es nicht 18 Euro Ist glaube ich aber gut Für Reichweite aufbauen 8.400 neue Abonnenten Hat er da durchbekommen Das ist viel Aber Man muss dazu sagen Es ist pre-monetal Also Bevor es monetarisiert wurde You know Ich kann mal gucken Was so ein Warte mal Ich guck mal Haben wir was hier Ein einigermaßen Virales MrBeastChat macht Millionen im Monat Mit YouTube YouTube Shorts Geht grad nicht so crazy Paluten auch Wahrscheinlich Aber wir haben halt Eins mit 16.000 Das hat 82 Cent geworfen Also ich guck mal was mein erfolgreichstes Gaming Video mir eingebracht hat Heftigste XXL Monopoly Runde 2 Stunden 12 1,4 Millionen Views mit Basti, Tramies, Reefed und Farbo Darf ich schätzen? Ja Hab weggemacht Wie viel? 2 Millionen Aufrufe? Ja dann sag ich 15.000 Sowas Ich sage Das sind 7.500 Euro 5.000 5 Mega peinlich Ich verstehe aber Digga Da seht ihr Chat Man kann das einfach nie richtig sagen So CPM ist so krass entscheidend Aber das ist nicht mein Video Mit dem ich am meisten gemacht habe Warte mal Ich guck mal Guck mal hier Soll ich dir mal einen Screenshot zeigen? Von meinem? Oh mein Gott Digga Das Ding ist so ehelos Meine Daten sind nicht aktuell Meine Daten sind jetzt glaube ich Nur aus den letzten Mann Junge Ich bin so ein Broke YouTuber bro Ich mach das seit 9 Jahren 160.000 Euro gemacht In meinem Channel Das ist doch scheiße Das sind richtige Rookie Nummern hier Alter Was ist das? Also auf meinem Main Channel Das ist das meiste Was ich hatte Das Glurak Video Mit 3K Boah Das ist aber Mega cringe Boah Okay Domo hat einigermaßen gegeben Das ist auf Ernst Nur abgehoben Sehr wenig Für 9 Jahre Ja wenn man Koray heißt Wenn man so ein erfolgreicher Cutter ist Wie Koray Für eine Paraplatte also So gesehen Zu spät Koray Die ersten Tweets wurden schon gemacht Okay Domo habe ich Ich kaufe meinen Mods alles Lern der Kuss Das ist das krasseste Das ist aber viel 400K Das ist viel Okay Ich schicke dir eins rein Das müsste das heftigste sein Du nimmst das Kommentar los hin Oh mein Gott Ja Oh mein Gott Es ist jetzt nicht so Es ist jetzt Du denkst viel viel Was schickst du jetzt genau Ist es dein erfolgreichstes Video Aus diesem Jahr Ticaro Ticaro Ja wahrscheinlich so ein Zwang Stark Ja ich schicke dir Minecraft das ist so krass Das wird immer so Also das ist schon sehr krass Weil das so eine große Reichweite hat Minecraft Trimax macht auch richtig viel Code Trimax mit YouTube auch sehr krass 172 Millionen Aufrufe ist sehr krass Ja Digga So viel hat mein YouTube Channel Nicht mal So viel haben alle meine drei YouTube Channels zusammen In neun What the fuck Bro Ich mach irgendwas falsch Bro manchmal denk ich dir so What the fuck Alter Was mach ich falsch Wie Bro Einfach 100 Wie viele Views machst du im Jahr Das ist ja ne Nummer Die kann man ja einsehen Ja Views im Jahr Da wird Boah Also du bist echt Keine Ahnung Warte mal erzähl Ich sag Basti macht so 200 Millionen Aufrufe im Jahr Ähm Sowas Ich denke so 180 170 Ähm Lass mich rechnen 120 Millionen oder so Mehr Äh mehr Ich mach irgendwas falsch Mann Äh Leute Ey Ich kopier einfach Basti's Videos 1 zu 1 Bro Also basically Mein Channel wird so wie Farbhoß Ich denk so zwischen 150 und 200 Millionen im Jahr Oha Geschätz von Jado Ich hab das ja letztens schon Das kann man ja bei mir einsehen Und ich fand das auch immer eigentlich ganz interessant So Früher war das ja nicht so Oft Dass YouTuber das gezeigt haben Ich mach das immer einmal im Jahr Weil das vielleicht mal so ein paar interessiert Weil da habt ihr ein besseres Bild davon Aber mit 200 Millionen Aufrufe Wie viel hatte ich letztes Jahr Ich hatte 133 Millionen Aufrufe Und das war Aber da kam noch der Kanal von Dings darauf Der Zweitkanal Ich weiß gar nicht wie viel der gemacht hat Ich glaub aber auch so 60 Millionen Das waren 200 Millionen Aufrufe Ja Und das waren auch mal Also Basti macht schon so eine Million mit YouTube Und er wird einen besseren CPM haben Er macht noch mehr Confirmed Ich sag Basti macht so 1,3 Millionen oder so mit YouTube Würde ich mal sagen Hey liebe Grüße von Basti soll ich ausrichten Ich weiß gar nicht wie viel auf das Thema kam Ach wegen das hier Wegen welchem Basti Deswegen Ich geh Augen zu und durch Ich bin tot Was ist das für ein Spiel? Schaffst du das? Oh mein Gott nein Oh mein Gott Ja ach Digga Jetzt wissen wir auch warum keiner aufsteht Ist das gar gut? Was? Der Mann hat ein Lied rausgehauen? Der hat sogar mehrere Okay 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 Ich kann nicht so oft abdriften Chat Ich kann nicht so oft abdriften Vielleicht vielleicht nachher Digga Respektlos Selbst für meine Verhältnisse Eine Minute Ich bin seit einer Minute In diesem Video hier drin Ich hab vier verschiedene Abdrifter glaube ich schon gehabt Seine Mutter gefickt in den Arsch Sehr gut Domi löscht dich Alter scheiß Streamsniper Sehr schön Du bist Dogshit Digga Ja Ja ich hab Hass gegen solche Leute Er Streamsniper Und ist trotzdem scheiße Ja das stimmt Das muss er verhinkommen Ah bester Mann Er hat alles im Shop bestellt Stimmkuss Domi Bester Mann Streamsniper all day all night Aber ich schwörs euch Streamsniper sind wirklich Also ehrlich jetzt Ich persönlich finde Streamsniper Das ist das Schlimmste Was es in dieser ganzen Streaming Branche gibt Da sitzen Leute In ihren verfickten Zimmern Gucken sich auf ihren verwichsten Handy Oder Monitor Den Stream an Und suchen dann zeitgleich Und freuen sich dann Ich stell mir das immer so richtig vor Wie sie dann so Sie sind nicht alleine glaube ich Ich glaube sie sind dann so mit ihren Partys Also sie sind in so einer Playstation Party Oder im Discord mit ihren scheiß Wichsfreunden Und dann freuen die sich so Öh ich hab ihn gefunden Ich hab ihn gefunden Und dann lachen die sich so kaputt Wenn die mich kennen Und abends werden sie sich dann Alleine wieder in den Schlaf wichsen Diese Bastarde So schlimm Hahahaha 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 Sitzen im Discord Selten sind immer allein Sitzen im Discord Selten sind immer allein IceKemadee Du machst dich hier gerade nicht wirklich sympathisch Allein dass du es alles weißt Ja scheiße Sag nichts gegen alleine in den Schlaf wichsen Ja das stimmt Das ist auch schon mal Ja das kann passieren Das ist wirklich nicht Lernen und lauf wie die Wallangschutzsabs Habt ihr mir jetzt Ich bin Nick Er drückt ihm jetzt Arsch ins Gesicht Oh Max gehts So ist besser Hahahaha Aber er zieht durch Er zieht durch Alter Das ging auch so vom Tragen Aber der hat halt Keine Ahnung Deine Hoden waren mega heiß Hahahaha 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 Haste die anderen Oh fuck Ich bin schon wieder live gegangen Digga Ich war nämlich mal fertig Macht euch ab auf dem Startscreen Mam Junge Bist du mit Roma zusammen? Ja Ja man Digga Sie hat es gesagt Ich hab ich Junge ist so gottlos Ähhhh Digga die beiden auch ne Also wirklich für alle liebe Sagt es doch einfach Löschen die da das Bild Wirklich bessere Promophaser als 90% der deutsche Rapper Sag ich Erstmal Bild posten Dann löschen Dann sagen sie zusammen Dann doch nicht zusammen Ja ok Mach Insta Profil auf alles Alles Dieses schwarzes Bild da Alle Bilder löschen Ehrlich Drei Zwei 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 Eins Und Girlfriends Zwei 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 Zehn Jahre Zwei Pink 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 Zwei Zwei Ja Zwei 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 hier respektlos. Also, also ich auch, also ich glaube, man muss es selber an seinem Leib erfahren, um das nachzuvollziehen. Das kann ich verstehen, dass man das unglaublich ist, aber es ist wirklich krass gewesen, was der Mann hier gemacht hat. Also, abgesehen davon, der hat Freunde, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, der Typ kannte nicht mein Handycode. Ich habe ihm vorher den nicht gegeben. Ich habe extra darauf geachtet, dass er ihn nicht aufmacht und weiß ich nicht was. Also, dass er das sieht. Ich kann es mir nicht erklären. Und jetzt kommen wieder die Leute mit dem Aluhut. Er hat es mit dem Augenblick, er hat es gesehen und irgendwelche Leute unter den YouTube-Kommentaren. Genau in dem Moment hat er geschummelt. Ich schwöre es dir, der hat so viele Sachen richtig gemacht, dass es sein kann, dass er ein paar Tricks hatte. Klar, der wird bestimmt ein, zwei Tricks haben, aber ich glaube, das mit diesem Zahlencode erkennen ist krass. Also, das finde ich sogar mit am krassesten. Weil ich es selber an mir gespürt habe, wo ich dachte, wird er mich verarschen? Das ist ganz krass. Er hat es doch auch erklärt. Ja, er sieht es in den Augen, aber ich habe extra darauf geachtet, keine Meme, keine Meme zu verziehen. Ich war ganz ernst. Er hat es trotzdem wieder herausbekommen. Krass gewesen. Handicode ist noch vermarkbar mit Führen und so, aber Namen vergessen lassen ist auch krass. Aber Furo, ich finde das unglaublich mit Handy. Mit dem Handy finde ich, das ist underrated. Wie bekommt er in der richtigen Reihenfolge mein Handicode raus? In der richtigen Reihenfolge? Körpersprache-Details, die man etc. verwendet. Ja, auf jeden Fall hat er das ja auch schon oftmals gemacht. Den kennen ja sehr viele. Und ich glaube ihnen. Ich glaube ihnen, dass der sowas kann. Ich werde auch safe auf seine Show gehen. Die ist, glaube ich, irgendwann im September. Da werde ich auf die Show gehen. Echt, der hat meinen tiefsten Respekt, der Mann. Und da bin ich stolz. Und da ist der Papa stolz. Privatisch, Bu. Pfff. Verarschend. Was? Ey. Warum übrigens 21.30 Uhr? Kann das einer oben anpinnen? Wo war die? Wo war die denn? Lieber mal zu deiner Mami. Mein Flow geht hin und her. Wir Jungs beim Geschlechtsverkehr. Ich hab ein Haus gekauft. Und in diesem Haus hab ich eine Maus. Und mein Vater heißt Klaus. Du hu... So eine kleine Mickey Maus. Fett und... Haus, Maus, Klaus. Killer. Also, Dinger. Weiter. Irgendwie beim letzten Mal. To be honest. Ich würd Omo drausschmeißen. Wenn? Irgendwie beim letzten Mal. To be honest. Ich würd Omo drausschmeißen. Bist du dir sicher? Jetzt dein Mikrofon. Ja, Jungs. Ja, jetzt. Vier Wins. Ja, jetzt schon vier Wins gewesen. Und da wird später noch Back to Back und sonstiges draufgeschrieben. Also, das ist schon Hass. Was heißt das toll, Mann? Oh, Mann. Äh? Ich mach mein Streaming-Intro. Wie heißt es? Warum streichst du die ganze Zeit? Ich würd ich doch mein Streaming-Intro machen, so bis sie die Leute aufheizen. Vielleicht freut die sich, dass ich live bin. Wie er aussieht, Dinger. Oh, das ist so ein Bastard. Ich würd ich doch mein Streaming-Intro machen, so bis sie die Leute aufheizen. Vielleicht freut die sich, dass ich live bin. Ich lass los schauen. Ich fass das heute nicht mehr an. Gehü- Rätsel. Gehü- Rätsel. Gehü- Rätsel. Immer wenn man denkt, dass man verliert, gewinnt man. Und immer wenn man verliert, dass man denkt, dann gewinnt man. Ja. Ich muss sagen, Roart ist, ich persönlich find Roart sehr lustig, muss ich wirklich sagen. Also ich streue mir sehr gerne mit Roart zusammen. Weil er auch Spaß versteht und so. Ich mag das, wenn man so toxisch auch ist irgendwie. Ich feier das irgendwie. Ich muss wirklich sagen, sehr cool. Also so Danny Roart, schon sehr lustig. So, die ich so kennengelernt habe. Jetzt natürlich viele, viele, viele andere auch da draußen. Klar, aber ich darf ja wohl auch mal ein, zwei sagen beim Namen nennen. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht mag. Vorher schon wieder ein paar TikTok-Clips. Komm nicht weg mit diesem 3D-Ding. Hallo. Warum kann ich das nicht benutzen? Mann, Digga. Neues Team. Warum? Warum? Nein, Digga. Du kannst das Hypnose-Video auseinandergenommen. Lohnt bestimmt noch zu gucken. Sehr gut. New York nix. Ich glaube, das ist ironisch. Sehr schön. Dann kriege ich keinen Hack mehr. Ironie? Ich glaube, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, Ironie. Everything has changed. Every day. 24-7. You call my name. And I will come running. Yeah, every day. 24-7. Yeah, every day. I will come running, babe. Ich bin immer dran. Ich bin immer dran.